So, dann kommen wir heute zum letzten Kapitel, 10, Kombination aus dem Zustandsregler und dem Beobachter. Und wir schauen uns den Kompensator an, sprich wir haben keinen Referenzeingang, sondern wir regeln eben die Zustandsgrößen zu 0. So, jetzt haben wir aber nicht den tatsächlichen Zustand, sondern wir verwenden den geschätzten Zustand x-Dach. Und jetzt schauen wir, was das für einen Einfluss auf die Systemdynamik hat, wenn wir anstatt dem tatsächlichen Zustand den geschätzten Zustand verwenden. Das heißt, unser x-Punkt ist dann, also das reale x-Punkt ist dann unser System, a mal x. Okay, sorry. Ist a mal x. So, und jetzt haben wir hier b mal k und jetzt ziehen wir nicht das tatsächliche x ab, sondern das geschätzte x-Dach. So, jetzt können wir unseren Schätzfehler hier einbauen. Ja, der Schätzfehler, das war ja x minus x-Dach. Wenn ich jetzt für das x-Dach diesen Schätzfehler einbauen möchte, habe ich also ein x-Dach, ersetze ich durch ein x minus x-Tilde. Ich setze das hier ein, komme also zur nächsten Lücke. Dann haben wir noch ein x-Punkt, ist a x minus b mal k mal x minus der Schätzfehler. So, und jetzt haben wir hier auch ein Schätzfehler, ist gewissermaßen noch mal ein Zustandsvektor. Wenn ich die gesamte Dynamik haben möchte, bilde ich hier den Vektor x-Punkt und den Vektor x-Tilde-Punkt, um die gesamte Dynamik des Systems zu bekommen. Wir haben links oben das a minus b mal k. Rechts habe ich x-Punkt ist minus bk mal minus x, also bk mal x-Tilde. b mal k x-Tilde. Links unten das x-Tilde, der Schätzfehler, hängt nicht ab von unserem tatsächlichen Zustand. und von letztem Mal wissen wir, dass das x-Tilde-Punkt eben genau a minus l mal c x-Tilde ist. Das heißt, unser Gesamtsystem sieht dann so aus. So, jetzt haben wir hier also einen Closed-Loop, geschlossenen Regelkreis. Davon können wir die charakteristische Gleichung hinschreiben. Das heißt, wir haben hier als charakteristische Gleichung, wie gehabt, das si minus a, beziehungsweise ich schreibe das hier gleich in die Blöcke rein, si minus a plus bk. Und hier rechts haben wir minus bk, 0 und si minus a plus lc. Die Determinante dieser Matrix, gleich 0, ist die charakteristische Gleichung dieses Gesamtsystems mit dem Schätzfehler als zusätzlichen Zustand. Die Matrix hat hier Dreiecksgestalt, also eine obere Dreiecksmatrix. Und für die gilt folgendes, wenn ich hier diese Determinante berechne, ist es schlicht und einfach die Determinante dieser beiden Blöcke auf der Hauptdiagonalen. Denn die Herleitung, beziehungsweise den Beweis dazu, finden Sie auf der Webseite zu dem Buch. Ja, das war fpe7e.com, da finden Sie den Beweis hierzu. Das werden wir jetzt aber nicht weiter, werden wir hier nicht weiter ausführen, sondern einfach akzeptieren, dass es so ist. Das heißt, die Determinante ist dieses, das ist also nichts anderes als die Charakteristische Gleichung des Reglers mal die Charakteristische Gleichung unseres Schätzfehlers. Das heißt, das Gesamtsystem ist schlicht und einfach die Vereinigung der beiden Pole der charakteristischen Gleichung, Regler und Schätzfehler. Wir können die also komplett unabhängig voneinander entwerfen. Und wenn ich hier meinen Schätzfehler, meinen Beobachter entwerfe, dann haben die Pole des Beobachters keinen Einfluss auf die Pole des Reglers. Jetzt vergleichen wir das Ganze mit den Bildbereichsmethoden, die wir im ersten Teil der Vorlesung hatten. Das heißt, wir haben hier die Strecke und hier den Ausgang. Hier zwischendrin habe ich einen gewissermaßen vektoriell, geht hier der Zustand aus der Strecke hier an den Ausgang. Hier wird wieder ein Skalar erzeugt. Dieses Y geht dann hier in meinen Regler rein, in meinen Kompensator, der dann mit diesen Gleichungen aus dem X-Dach und mit dem Minus K schließlich ein U erzeugt. Und der wesentliche Unterschied hier ist, dass in den Zustandsraummethoden das Minus hier in diesem Regler mit drin ist. Und bei den Bildbereichsmethoden, wenn man hier die Strecke hat und da den Ausgang und Sie hier einen Regler im Rückpfad haben, dann ist sozusagen dieses Minus außerhalb des Reglers. Also da muss man aufpassen, wenn man die Bildbereichsmethoden auf die Regler, die man im Zustandsraum entwirft, anwendet, dann muss man dieses Minus hier aus der Übertragungsfunktion rausziehen. Also wenn Sie hierfür zum Beispiel ein Bode-Diagramm erstellen, dann muss dieses Minus hier raus, beziehungsweise Sie machen das Bode-Diagramm von Minus diesem Kompensator. So, jetzt brauchen wir noch die Zustandsgleichungen dieses Kompensators. Und da füllen wir einfach ein, das U ist schlicht und einfach Minus K mal X-Dach. Und das fügen wir in diese Beobachtungsgleichung ein und dann kriegen wir also insgesamt ein X-Dachpunkt ist dann ein A minus BK minus L mal C mal X-Dach plus L mal Y. Und das U, der Ausgang meines Reglers, ist schlicht und einfach Minus K mal X-Dach. Eingang ist Y, die Eingangsmatrix ist gewissermaßen L, meine Beobachterverstärkung. Ausgang ist U und U ist hier im Zustandsraum eben Minus K mal X. Das heißt, das Minus steckt hier in diesem blauen Kästchen drin und nicht hier oben, wie bei den Bildbereichsmethoden, dass wir hier ein Minus haben. Also nicht. So, die charakteristische Gleichung unseres Reglers ist dann also schnell hingeschrieben. Ist wieder hier der Terminante unserer Systemmatrix. Die Systemmatrix ist A minus BK minus LC, also SI minus A plus B mal K plus L mal C gleich 0. So, und jetzt haben wir weder die Pole dieser Matrix spezifiziert noch überhaupt in den Zustandsraummethoden diskutiert. Wir haben ja schlicht und einfach den Regler entworfen, hier das K und den Beobachter. Aber wenn ich hier diese Gesamtmatrix betrachte, kann durchaus hier was rauskommen, was instabil ist. Das gucken wir uns nachher noch an. Also es kann durchaus passieren, dass hier sozusagen mein Kompensator an sich, dass dieses System hier Pole in der rechten Halbebene hat. Das Gesamtsystem ist zwar stabil, wenn ich das alles im geschlossenen Regelkreis laufen lasse, aber ich kann hier meinen Regler nicht einzeln prüfen, wenn er instabil ist. Ich kann nicht schauen, was hat er für Eigenschaften, weil sobald ich den hier aus meinem Regelkreis herauslöse und sage ich mir, jetzt möchte ich nur mal die Übertragungsfunktion des Reglers mir anschauen, ist eben bei einem instabilen Regler schwierig bis nicht möglich. Und es kann sein, dass sie eben, obwohl das Gesamtsystem zwar stabil ist, aber dadurch, dass sie hier sozusagen instabile Komponente drin haben, wenn ihre Modellparameter nicht mehr genau stimmen, dass insgesamt ihr System eben instabil wird. So, diese Übertragungsfunktion, dieses hier nennen wir D-Index-C für Controller. Das ist die Übertragungsfunktion von y zu u. Das heißt, wir können die Übertragungsfunktion hierfür hinschreiben. Also Übertragungsfunktion Eingang y-Ausgang u. Eingang ist im Zählerausgang im Nenner. Wir haben also ein u von s zu y von s. So, und jetzt schreiben wir das so hin, wie es hier steht. Wir haben als Ausgangsmatrix das k oder minus k. Das heißt, wir haben hier minus k mal die Systemmatrix si minus a plus bk plus lc hoch minus 1. Die Eingangsmatrix ist das L. Dieses hier ist also die Übertragungsfunktion. Und wie gesagt, wenn wir die Bildbereichsmethoden, wie beispielsweise Frequenzgang bzw. Bode-Diagramm oder Wurzel-Ortskurven oder was auch immer, anwenden, dann müssen wir darauf achten, dass wir dieses Minus hier wieder entfernen, wenn wir beispielsweise ein Bode-Diagramm hierfür aufzeichnen. Weil, wie gesagt, Bildbereichsmethoden ist es minus außerhalb vom Regler. Das ist an einem einfachen Beispiel an, wenn wir einen Kompensator entwerfen möchten für eine Satellitenregelung, Satellitenlageregelung. Die Übertragungsfunktion ist schlicht und einfach ein doppelter Integrator. Also wir haben als Übertragungsfunktion 1 durch S², Sie geben einen Moment auf den Satellit, also beispielsweise eine Steuerdüse. Also Sie geben einen Moment drauf, dann haben Sie eine Winkelbeschleunigung, die wird aufintegriert zu einer Winkelgeschwindigkeit und nochmal integriert zu einem Winkel. Das heißt, Ihre Übertragungsfunktion ist schlicht und einfach ein doppelter Pol hier im Ursprung. Und die Vorgabe sei, dass wir Reglerpole haben, was aus diesem doppelten Integrator ein konjugiertkomplexes System macht, ist plus minus i mal Wurzel 2 halbe. Das heißt, wir haben hier gleichbedeutend mit einer ungedämpften Eigenfrequenz eben von 1, 1 Rad pro Sekunde und einem Dämpfungsmaß von Wurzel 2 halbe. Wenn Sie das einsetzen. So, und die Beobachterpole, also das seien meine Reglerpole, hier Regler, und die Beobachterpole, die seien fünfmal schneller, also sei das Omega n für den Beobachter 5 Rad pro Sekunde und da sei ein bisschen weniger gedämpft, das Zeta sei 0,5, das ist für den Beobachter. Ja, das sei die Vorgabe. Und jetzt bestimmen wir den Kompensator hierfür. Also erstmal die Zustandsraumdarstellung. Hiervon ist dann eben 0,1. Die Koeffizienten sind jeweils 0 mal x. Wenn wir das hier in Regelungsnormalform darstellen, sieht es so aus hier. Und der Ausgang sei schlicht und einfach der Winkel. Wir möchten den Winkel bzw. die Lage regeln. Also ist der Ausgang genau 1,0 mal x. Für das Sollpolynom des Reglers ergibt sich was? Wir zählen das zusammen. Die negative Summe ist Minuswurzel 2. Minuswurzel 2 jeweils halbe macht Minuswurzel 2. Davon Minus macht Pluswurzel 2 mal s. Und dann hier der Konstantanteil ist dieses zum Quadrat, macht 1,5. Plus dieses zum Quadrat, macht nochmal 1,5. Macht insgesamt 1. Also ist das Sollpolynom dieses hier. Also A Index C von S ist das und die charakteristische Gleichung dieses Polynom gleich 0. So und jetzt wollen wir einen Regler entwerfen. Zustandsregler mit den Koeffizienten K1 und K2. Wenn man hier scharf drauf schaut, dann sieht man, das ist in Regelungsnormalform. Wir haben hier rechts oben die Einheitsmatrix, das ist 1. Unten die Koeffizienten sind alle 0. Links oben steht eine 0. Und die Eingangsmatrix ist hier lauter Nullen. Und letzter Eintrag eine 1. Also Regelungsnormalform. Wir können also schlicht und einfach die charakteristische Gleichung direkt hinschreiben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie auch natürlich die Determinante I minus A plus BK hinschreiben. Da kommt das Gleiche raus oder muss das Gleiche rauskommen. So wie wir es gerade eben hatten. Wir haben also hier S Quadrat plus K2S plus K1. Das A2 und A1 ist 0. Also ist das hier unser Ist-Polynom. Und wenn man jetzt einen Koeffizientenvergleich durchfährt, dann ergibt sich für das K1, gucken wir nach links rüber, da steht eine 1, also ist K1 1. Und das K2 ist genau Wurzel 2. Also ist dieses hier unser Zustandsregler. So, das war unser, der Regler. Jetzt brauchen wir das Soll-Polynom für den Beobachter. So, wir haben hier jetzt Eigenfrequenz, ungedämpfte Eigenfrequenz und Dämpfungsmaß gegeben. Und die Gleichung dazu ist dann eben ein S Quadrat plus 2 Zeta Omega N S plus Omega N Quadrat. Und da setzen wir jetzt diese Angaben hier ein. Wir haben also ein S Quadrat. 2 mal Zeta gibt 1, Omega N Quadrat macht 25. S plus Omega N Quadrat, äh Quatsch, Omega N 5 plus 25. 2 mal Zeta macht 1, mal 5 macht 5. Und die 25 steht hier. Und dieses hier gleich 0 ist also unser Soll-Polynom für den Beobachter. Jetzt sagen wir unser L sei L1, L2 und dann ergibt sich für das Ist-Polynom. Wir haben also hier als charakteristische Ist-Gleichung Si minus A. Wir haben also die Determinante von S, I minus A und minus LC, beziehungsweise plus LC. Wir haben also als L mal C ist dann L1, L2, 0, 0. Das heißt wir haben S plus L1, haben wir hier minus 1, hier haben wir L2 und da S. Davon die Determinante ist also S Quadrat plus L1S plus L2. Wenn man jetzt hier wieder den Koeffizientenvergleich macht, haben wir also ein L gleich L1 ist 5 und L2 ist 25. Dieses als Beobachterverstärkung. Jetzt können wir alle Bauteile zusammentragen und die Übertragungsfunktionen des Kompensators bestimmen. Wir haben also als Übertragungsfunktionen von unserem Kompensator DC Index S von S ist dann, wir haben das Minus K, also Minus 1 Wurzel 2 mal die Inverse von Si minus A, Si minus A, 0, S, machen wir hier eine Klammer hin, Si minus A plus B mal K, das B war 0, 1, B mal K ist also hier in der zweiten Zeile haben wir das K stehen, 1, Wurzel 2, also das hier ist Si minus A plus B, K und jetzt fehlt hier noch ein L mal C, das L war dieses hier, also L mal C war das, 5, 25, davon hoch minus 1, also plus L, C. So und hier hinten kommt noch ein L hin, 5, 25. Rechnen wir erstmal hier die Inverse dieser Systemmatrix aus, das ist also, wenn man das zusammenfasst, S plus 5 minus 1, 1 plus 25, ja 1 plus 25 und S plus Wurzel 2, das Ganze hoch minus 1, Oh, Wurzel, Wurzel 2, Wurzel 2, Wurzel 2, davon die Inverse ist also 1 durch die Determinante, wir haben also S Quadrat plus 5 plus Wurzel 2, S und dann haben wir hier noch 5 mal Wurzel 2 übrig, plus 5 mal Wurzel 2 und minus, minus 1 mal 1 plus 25 macht 26 und jetzt noch die Adjunkte, die Diagonalen vertauscht, S plus Wurzel 2, negative Nebendiagonalelemente, S plus 5, das ist also die Adjunkte und jetzt können wir die Matrizenmultiplikation ausführen, wir haben also als Übertragungsfunktion unseres Kompensators, diesen Nenner hier, S Quadrat plus 5 plus Wurzel 2, S plus 26 und das ist, sorry, D Index C, D Index C von S, so multiplizieren wir hier erstmal das Minus 1, Wurzel 2 hier auf unserer Adjunkte, das Minus nehmen wir hier nach vorne, Minus 1, so und dann haben wir einmal S plus Wurzel 2 plus Minus Wurzel 2 mal 26, macht also erstmal S, Wurzel 2, minus 26, Wurzel 2, macht minus 25, Wurzel 2 und die zweite Komponente ist 1, Wurzel 2 mal S und 5, Wurzel 2, also haben wir hier, hier im Nenner fehlt natürlich noch plus 5 Wurzel 2, so, jetzt stimmt es, dann haben wir hier also 5 mal, Quatsch, muss ich mal, hier, einmal 1, und Wurzel 2 mal S, Wurzel 2 mal S und Wurzel 2 mal 5, plus 5 Wurzel 2, das zweite Eintrag und dann hier noch die L-Matrix 5 und 25, das heißt, wir haben hier 5S minus 25, Wurzel 2 mal 5S minus 5 mal 25, Wurzel 2, okay, dann schauen wir gleich das Ergebnis hin, also Minus, wenn man es ausmultipliziert, wird 40,4S plus 25 durch S² plus 5 plus Wurzel 2S plus 26 plus 5 Wurzel 2, jetzt sehen wir noch die 40,4 hier vor den Bruch, wir haben also minus 40,4 mal, hier bleibt noch ein S plus 25 Vierzigstel, sind ungefähr 0,619 durch, und wenn man unten hier die Wurzel zieht und es einsetzt, haben wir hier S² plus 6,414S plus 33,071, ist also die Übertragungsfunktion unseres Kompensators. So, wenn man jetzt hier in den Nenner schaut und hier die Pole berechnet, beziehungsweise man sieht hier schon, es sind lauter positive Koeffizienten beim quadratischen Polynom, das heißt, das ist stabil und wenn Sie es ausrechnen, sind die Nennerpole bei minus 3,21 plus minus 4,77 mal imaginäre Einheit, die Pole von unserem Kompensator, wir haben hier also Glück gehabt, der Kompensator ist stabil. So, jetzt können wir uns anschauen, was denn die Auswirkung dieser Kompensation auf die Pole des geschlossenen Regelkreises ist und das machen wir jetzt mit den Bildbereichsmethoden Wurzelortskurve und Bodediagramm und dazu sagen wir, okay, wir haben hier ein K, diese 40,4 nennen wir K und bestimmen dann die Wurzelortskurve ohne das Minus, ja, in den Bildbereichsmethoden haben wir das Minus außerhalb vom Regler mit 1 plus K mal und dann hier das S plus 0,619 durch S² plus 6,414 oder S,414 plus 33,071 wir kennen diese Pole so und natürlich ein, das ist unser Kompensator und jetzt noch die Strecke mal 1 durch S² also dafür, oder das S² hier davor wenn wir dieses jetzt skizzieren würden, dann hätten wir also hier einen doppelten Pole im Ursprung und wir haben eine Nullstelle bei 0,619 und die beiden konjugiertkomplexen Pole ungefähr so und wir haben Nennergrad 4 Zählergrad 1 macht insgesamt drei Asymptoten das heißt, wir haben eine Asymptote hier auf der auf der reellen Achse und die beiden anderen Asymptoten gehen dann hier vom Polschwerpunkt der ja immer ungefähr so aussieht ja dieses hier ist Teil der Wurzelortskurve und ne ist nicht sorry also hier dieses ist Teil der Wurzelortskurve hier ja ungerade Anzahl hier ist der Startwinkel geht hier senkrecht aus dem Pol raus und landet dann hier im Verzweigungspunkt eins geht hier rein und eins geht da raus und die beiden konjugiertkomplexen Pole, die gehen dann hier in den instabilen Bereich und wenn man das exakt sich anschaut dann die Wurzelortskurve exakt mit Matlab berechnet hier dieses Doppelkreuz heißt wir haben hier einen doppelten Pol im Ursprung die Nullstelle bei minus 0,619 und dann diese Art der Wurzelortskurve das heißt für k gleich 40,4 wie wir das mit dem Kompensator berechnet haben liegen wir also hier ja und hier das heißt wenn wir hier jetzt können wir sagen okay wir drehen diese Verstärkung auf müssen aber aufpassen dass wir hier nicht in die rechte Halbebene kommen auf jeden Fall sieht man hier dass man noch relativ nah an der imaginären Achse ist aber auch nicht viel weiter weg kommt nämlich das maximal hier und dann läuft es aber hier wieder Richtung Richtung Instabilität zugehörige Bode-Diagramm einmal unkompensiert heißt das ist mein 1 durch S² 1 durch S² hat eine konstante Phase von minus 180 Grad und diesen Betragsgang und wenn man das Bode-Diagramm für den Kompensator aufzeichnet dann sieht man dass er hier die Phase anhebt das heißt hier beim Nulldurchgang haben wir jetzt eine Phase von Phasenreserve von 53 Grad gewonnen unser Kompensator stabilisiert also das ganze System und baut uns hier eine entsprechende Phasenreserve ein also ist klar hier charakteristische Gleichung gleich 0 und insgesamt haben wir hier eine Durchtrittskreisfrequenz von von etwa etwas mehr als einem Rad was zu dem Regler passt eine Frequenz von einem Herz hat von einem Rad pro Sekunde hat und das ist deswegen so weil die langsamen Reglerpole eben das ganze dominieren und die schnellen Beobachterpole nur einen geringen Einfluss haben hier auf die auf diese Durchtrittskreisfrequenz und insgesamt auf das System und das ist so wie man es haben möchte ein schnellen Beobachter da möglichst wenig Auswirkungen zeigt dann im Ausgang des geregelten Systems hier noch ein Beispiel im Skript an beziehungsweise das ist aus dem Buch raus kopiert wir haben hier diese Übertragungsfunktion drei Pole bei 0 minus 2 und minus 8 und wenn man das jetzt in Beobachtungsnormalform als Blockdiagramm darstellt sieht das so aus was wir jetzt ja nicht so in der Tiefe gemacht haben wir haben hier den doppelten Integrator und das werden hier das x2 und das das x1 und das x2 werden hier eben entsprechend oder das y wird hier so zurückgeführt in Beobachtungsnormalform und wenn wir jetzt hier für die Wurzelorts oder den Kompensator berechnen möchten dann kann man das hier mit diesen MATLAB-Befehlen machen das heißt das ist ein Trick um s zu einer Übertragungsfunktion zu machen ich habe hier s definiert als Übertragungsfunktion s und kann dann mit dieser Übertragungsfunktion einfach weitere Übertragungsfunktion aufbauen wie zum Beispiel hier meine Strecke G man kann mit dem Skript BN-Form das Ganze in deutscher Regelungsnormalform darstellen wenn Sie den MATLAB-Befehl nehmen also dieses BN-Form lässt sich von MassWorks runterladen wenn Sie den MATLAB-Befehl für die Normalform nehmen dann kriegen Sie eben die vertauschten Zeilen und Spalten hier sind sozusagen die Vorgabepole für den Regler und mit dem Befehl Place weil das hier keine mehrfachen Pole sind kann ich mit dem Befehl Place meine Reglerverstärkung bestimmen das sind die Pole für den Beobachter kann ich hier für das transponierte System den Place Befehl benutzen aber hier A transponiert und C transponiert dann muss ich das L wieder zurücktransponieren da sich mein aktuellen oder das L als Spaltenmatrix habe und jetzt lässt sich die Übertragungsfunktion mit SS2TF also State Space to Transfer Function berechnen hier mit der Formel A minus BK minus LC als Systemmatrix L als Eingang und minus K als Ausgang dann kriege ich hier diese Übertragungsfunktion mit der Transfer Function Funktion ich kann die Wurzeln oder die Pole berechnen und wenn ich hier die Wurzelortskurve zeichne dann muss ich dieses Minus hier aus diesem DC wieder rausziehen weil ich das hier drin habe die Übertragungsfunktion ist hier ein Minus das Minus muss ich hier sozusagen wieder egalisieren dass ich da die richtige Wurzelortskurve bekomme dann führen wir das geschwind den Matlab aus den Matlab ausführt dann bekommt man hier die Übertragungsfunktion der Strecke erstmal natürlich hier das das Erste dann die Berechnung der Reglerverstärkung die Berechnung der Beobachterverstärkung die Pole unseres die Pole des Kompensators und hier sieht man dieser Kompensator ist instabil das heißt ich kann ich habe hier einen stabilen Regler und einen stabilen Beobachter entworfen aber wenn man das beides zusammentodern ergibt sich eben eine instabile Übertragungsfunktion für den Kompensator und das lässt sich auch hier sozusagen an der Wurzelortskurve ablesen wenn man hier genau hinschaut dann sieht man okay ich bin nur für eine Verstärkung die zwischen hier also 0,653 und irgendwas zwischen 1,5 und 1,7 also 1,6 habe ich ein stabiles System und wenn ich die Verstärkung verringere das ist dann die Eigenschaft von so einem instabilen Kompensator dann wird das Gesamtsystem instabil also wenn ich hier mit der Verstärkung runter zum Beispiel hier auf 0,26 gehe dann ist das Gesamtsystem instabil ich habe also nur einen begrenzten Verstärkungsbereich in dem mein Gesamtsystem stabil ist das heißt man würde hier dann nochmal zurück in den Entwurf gehen und schauen ob man das nicht irgendwie anders machen kann also das ist hier ein problematischer instabiler Kompensator den man eigentlich vermeiden möchte er lässt sich vermeiden wenn man nicht den gesamten Zustand zurückführt sondern eben den Zustand der sowieso gemessen wird wir messen hier ja einen von den Zuständen über das Y wenn man nur den Zustand beobachtet der nicht gemessen wird und das nennt sich dann ein reduzierter Beobachter oder ein Kompensator mit einem reduzierten Beobachter was wir aber hier nicht mehr machen werden vielen Dank und dann wieder an an zu